Der Oktober ist so gut wie vorbei, Zeit also für die Oktober-Schnitzel auf meinem kleinen Kanal. Ich bin wie immer der Kreuzhinter-Crusher und habe die kurzen Anrufe des vergangenen Monats in ein Video gepackt. Ihr könnt wie immer keine Blitzbirnen erwarten, aber trotzdem zeigen die Anrufe, was für seltsame Gestalten mir durch ihren Anruf meinen, auf die Nerven gehen zu müssen. Viel Spaß dabei! Hallo? Mois, Jan Tabich. Bitte? Hallo? Ja, bitte? Mein Name ist Emily Weiss und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anwendung für Online-Handel, um Sie zu... Ich verstehe Sie leider ganz schlecht. Sie haben eine ganz schlechte Leitung. Und jetzt ein bisschen besser? Ja, gehen Sie mal mehr ans Mikrofon. Und ich habe gefragt, haben Sie Interesse umzusetzen im Einkommen? Von welcher Firma sind Sie? Nochmal? Von welcher Firma Sie sind? Äh... Wir sind Quantum AI. Quantum AI. Ja. Äh... Haben Sie eine Webseite? Natürlich. Ja, die da wäre, dann rufe ich die mal auf, dann schaue ich mal. Okay. Ja, buchstabieren Sie bitte. Benutzen Sie WhatsApp und Vergissernummer? Hallo, buchstabieren Sie bitte Ihre Webseite. www.... Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Lossmann? Ja, das ist richtig. Hans Graf ist am Apparat, Herr Lossmann. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung von Finanzmarkt. Sie haben auf unsere Werbung angemeldet, dass Sie online handeln anfangen wollten. Stimmt das? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, welche Firma Sie sind. Also Sie haben selbst die Anmeldung gemacht. Könnten Sie sich nicht erinnern? Ich weiß ja noch nicht, welche Firma Sie sind. Sie haben das ja nicht gesagt. Hallo? Wir sind kein Kapi. Hallo? Hallo? Ihre Telefonleitung ist wahrscheinlich schlecht. Ich verstehe Sie schlecht. Sie lassen sich so viel Zeit mit ihm antworten. Und haben Sie schlechter Empfang? Nee, Sie haben schlechter Empfang. Okay, egal. Schönen Tag. Ciao. Tschüss, Betrüger. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Düsseldick. Ja, das ist richtig. Wer ist da bitte? Grüße Sie. Mein Name ist Olivia und ich bin eine Finanzexpertin von Onlinehandel. Ich habe Ihnen heute angerufen, wegen einer Anmeldung, dass Sie über uns... Oh, und schon wieder raus? Ja, bitte? Ja, hallo, guten Tag. Ich spreche mit Herrn Düsseldick. Bitte? Sie sprechen sehr leise. Ich verstehe Sie nicht. Können Sie bitte lauter sprechen? Ich verstehe Sie leider nicht. Ich spreche mit Herrn Düsseldick. Ja, Siebenarche ist mein Name, ja? Ja, große Sie. Ja, Siebenarche. Ich bin Brian Anderson von der Überwachungsbehörde CFTA. Von welcher Überwachungsbehörde? CFTA. Das habe ich leider nicht verstanden. CFTA? Ja, C.U. Cäsar, E. Friedrich, C.U. Theodor, A. Anton. Sie duscheln sehr. Können Sie bitte klarer und deutlicher sprechen? Ja. Gut, dann versuchen Sie es nochmal. Wie heißt Ihre Überwachungsbehörde? CFTA. 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 Aha, und was ist das für eine Behörde? Haben Sie verstanden? Ja, was ist denn das? Ich fragte gerade, was ist das für eine Überwachungsbehörde? Herr Richard, ich muss Ihnen... Herr Siebeneicher, bitte. Herr Siebeneicher. Okay, Herr Siebeneicher. Ich muss Ihnen wichtige Informationen mitteilen, die ich von der Europäischen Union erhalten habe. So, dann erklären Sie mir doch erstmal, was ist das für eine Überwachungsbehörde? Was ist denn CFTA? Was ist das? CFTA ist Organisation. Ja, für was denn? Was für eine Organisation ist denn CFTA? Lassen Sie mich ausschöden, bitte. Ja, Sie sollen doch erstmal erzählen, was das ist. Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind überhaupt. Unsere Organisation führt eine Lichte von nicht regulierten Handelsunternehmen. Können Sie bitte deutlicher sprechen? Sie nuscheln sehr. Können Sie bitte beim Reden die Mund richtig öffnen? Ich verstehe Sie kaum. Unsere Organisation führt eine Lichte von nicht regulierten Handelsunternehmen. Wir wenden unseren Potenzialen, ob wir Sie... Können Sie bitte deutlicher sprechen? Ich verstehe Sie kaum. Ja, bitte, guten Morgen. Hallo. Patrick Gordon, Name ist Parat. Spreche ich mit der Siebennecke? Bitte, wer ist da? Mein Name ist Patrick Gordon. Sie bekommen mein Auge von CFTA. Ich rufe Sie an, um meine Informationen zu überprüfen. Es geht um eine vorige Aktivität auf der Finanzbörse. Von welcher Firma rufen Sie an? Ich melde mich von CFTA. Gut, was ist CFTA? Ja, hallo? Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Brian Anderson ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Karl. Herr Karl? Karl ist doch ein Vorname. Mit wem wollen Sie bitte sprechen? Ich bin Brian Anderson. Ja, mit wem wollen Sie denn bitte sprechen? Mit Herr Karl Ryle. Bitte was? Karl Ryle? Was ist das denn? Können Sie es bitte deutlich aussprechen? Ich weiß nicht, mit wem Sie reden wollen. Herr Karl Ryle. Was haben Sie nicht verstanden? Den Nachnamen habe ich nicht verstanden. Ryle. Ryle? Ne, das bin ich nicht. Ja. Genau. Tschüss. Ja, tschüss Betrüger. Hallo? Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Lausmann? Ja, wer ist da? Mein Name ist Stefania Droll und ich rufe Sie von dem Projekt Arbeits.ai. Sie haben bei uns angemeldet, richtig? Nö. Welches Projekt? Wie ist Ihre Firma? Arbeits.ai. Und es geht um die vollautomatische Hand. Ja, die kenne ich nicht. Wann habe ich mich da angemeldet? Bei mir steht seit einem Monat. Sie waren einfach nicht erreichbar. Nee, ich... Wie heißt Ihre Webseite? Da muss ich das ja sehen. Ich sehe das ja in meinem Verlauf. Wie heißt Ihre Webseite? Also, es... Projekt heißt... Nein, ich habe gefragt. Sie müssen schon genau zuhören. Wie heißt Ihre Webseite? Sie haben bei dem Projekt angemeldet. Nochmal die Frage. Wie heißt Ihre genaue Webseite? Also, wenn Sie nicht... Ich glaube, Sie... Sie verstehen scheinbar meinen Deutsch nicht so richtig. Ich versuche es doch mal ganz deutlich. Wie bitte heißt Ihre genaue Webseite? Hallo? Hallo? Schönen guten Tag. Nico Nowak spricht am Telefon. Wie geht es Ihnen heute? Wer ist da? Herr Nowak? Ja. Super gut. Ja, richtig. Oh, okay. Vorher wissen Sie. Ja, Sie haben doch Ihren Namen gesagt. Genau. Ja, genau. Nico Nowak spricht am Telefon. Von Auszahlungsabteilung, ja. Von welcher Auszahlungsabteilung? Von meiner Bank? Nein, nein. Investment Limited. Wo Ihr Case ist. Wo steht Ihr Geld? Also, Sie... Ich habe da kein Safe. Ich habe irgendwo ein Safe. Blockchain hat Ihre Transaktion Stopp gemacht. Was hat? Herr Martin. Was? Und letztes Mal Stopp. Wissen Sie, was Blockchain ist? Das ist automatische Handels... Nee, erklärt... Erklären Sie mir doch mal, was Blockchain ist. Ja, das ist automatische Handelssystem, welcher guckt alle Transaktionen. Und Sie haben mit etwas falscher Firma eine Transaktion gemacht. Das hat Blockchain Stopp gemacht. Und Sie sind ein Broker? Ich bin ein Broker, ja. Und Sie wissen nicht, was die Blockchain ist? Ich weiß, Blockchain... Ja, nee. Das, was Sie hier erklärt haben, ist falsch. Warum? Was ist... Sagen Sie mich? Ich höre es. Blockchain ist eine dezentrale Datenbank und nicht mehr. Also, ja. Ja, ja. Roboter, ja. Bitte was? Ist Roboter. Nein, das ist Quatsch. Das ist kein... Nein, das ist Quatsch. Das ist eine dezentrale... Sie haben ja wirklich gar keine Ahnung. Doch, habe ich keine Ahnung. Ja, genau. Doch, Sie haben keine Ahnung. Wie Sie es gesagt haben. Sie haben keine Ahnung. Genau. Keine Ahnung. Du bist recht. Ja, und du bist dumm. Du bist ein Betrüger. Ja, das stimmt. Ja, eben. Ja. Ja, und was willst du jetzt noch? Wollen wir noch ein bisschen Spaß haben? Mhm. Ja, ein bisschen. Von Ihnen weiß ich. Von was? Versuch doch mal ein bisschen Deutsch zu reden. Du kannst... Guter Spaß. Ich habe... Ich habe eine Menge Spaß mit Betrügern. Immer wieder. Ja, ich... Und besonders lustig wird es, wenn die Betrüger sich dann... Irgendwann mal auf YouTube hören. Mhm. Mhm. Machen wir jetzt. Sehr gut. Ja, ne? Sehr gut. Erzähl doch mal einen Witz, kleiner Betrüger. Mhm. Mhm. Na mach doch mal. Erzähl doch mal. Ja, egal. Schon. Bitte was? Schon egal. Ja, 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 ja. Genau, genau. Mhm. Sie denken so, was kann ich machen? Nö, ich denke nichts. Über den Betrüger weiß ich, was ich machen kann. Verarschen. Und klappt hier immer hervorragend. Und ihr dummen Dussel ruft jeden Tag wieder neu an. Hallo? Hallo? Hallo, Servus, guten Tag. Von Pluser Investment meldet sich der lange Thomas. Servus. Ja, von welcher Firma sind Sie? Äh, Pluser. Ist das, seit die Sie schon bei uns Geld mal eingezahlt haben. Pluser Investment. Das wüsste ich nichts von. Wie heißt Ihre Webseite? Äh, Pluser. Können Sie es mal buchstabieren? Äh, ja. Ich verstehe Sie leider schlecht. Hallo? 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 Hallo, Luther. Hey, Luther. How are you? Wer ist denn da? Äh, Alex? Wie geht's heute? Äh, ich spreche kein... Äh, welche Sprache sprechen Sie? Und weg ist er. Hallo? Hallo? Hey, Luther. How are you, sir? This is Mark Brennelli from the Finance Department. Is this a good time to speak? What will you? Ähm, my name is Mark Brennelli. I'm calling from the Finance Department, Metatrader. I'm calling in regards to one of your trading accounts. We see there is a problem with your broker. I'm talking about the investment you made on April. Also, ich spreche hier Deutsch. Ich weiß ja nicht, welche Sprache Sie sprechen, aber ich spreche Deutsch. Ähm, no. Ähm, Ähm, äh, German Speaker will give you a call tomorrow. Okay, Luther? Nö. Okay, danke. Tschüss. Euro als erstes Einstiegskapital einzuzahlen. Bin ich richtig? Ja, bei welcher wollte ich das denn, oder habe ich das denn eingezeigt? Das müssen Sie ja dann sehen. Nein, das soll ich auch nicht sehen. Also, in Ihrem Fall, Ihre Daten wurden an mich weitergeleitet. Von wem? Und, äh, von Blockchain. Von der Blockchain. Mhm, okay. Was ist denn die Blockchain? Wissen Sie nicht, also, was Blockchain ist? Also, alle Crypto-Transaktionen werden durch Blockchain laufen. Ah ja, und was ist die Blockchain? Das ist eine Handelsplattform, welche auch alle Transaktionen kontrolliert, ja. Ja, okay. Und wie wollen, weswegen rufen Sie mich jetzt genau an? Also, Ihre Transaktion wurde an jemanden weitergeleitet, quasi. Jemand hat versucht, unter Ihrem Namen die Aufstattungen zu tätigen, was durch Blockchain direkt süß- und technisch blockiert wurde. Mhm. Okay. Und nun? Wie geht's weiter? Also, meine erste Frage. Haben Sie außer 250 Euro noch was investiert, oder? Natürlich. Äh, können Sie mir bitte sagen, wie viel Sie insgesamt investiert haben? Wow, insgesamt zu 68.000. Okay. Äh, Herr Kern, äh, Sie haben das Geld ohne Genehmigung. Und, äh, niemand hat Ihnen gesagt, auch, dass Sie das Geld an den Referenzkörsen, also ohne rechtliche Seite, angelegt haben, ja. Bitte was? Bitte was? Ohne rechtliche Seite? Was ist denn eine rechtliche Seite? Also, Sie haben das Geld ohne Anerkennung und ohne Genehmigung auf den Referenzkörsen eingelegt, ja. Und, leider hat Ihnen jemand... Welches ist denn die Referenzkörse? Äh, Herr Kern... Ja, das weiß ich. Ich, das bin ich. Oder mit Toni sprechen. Welch von beiden? Also, die Meldung hat Herr Giuseppe Larifari gemacht. Ja, nein, 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 ich bin der Toni Larifari. Toni. Ich bin der Toni, der Giuseppe, der Giuseppe ist in der Küche, ich rufe ihn gerade mal. Giuseppe? Jo, was denn? Giuseppe, Telefon für dich, da ist ein Herr. Ja, okay. Ja, nimm auf, ich spieg auf. Hallo, Larifari? Hallo, schon zu reißen, Herr Larifari. Äh, ich bin Alex, Alex Schneider, der Name spricht Partner von Online Trade. Äh, eigentlich rufe ich Ihnen heute an wegen einer Meldung, die Sie bei uns gemacht haben und wollte weiter informieren, äh, wegen Ihrem Handelskonto auch. Ja, dann, dann informieren Sie mal. Den nächsten Anruf hat mein Kollege erhalten und ihn an mich abgegeben. Ihr erkennt ihn sicher sofort an der Stimme. Die Anruferin war sehr nett und auch das Angebot mag ja seriös und auch gut sein, was ich hier auch nicht in Frage stelle, aber durch eine Eintragung auf einer Webseite erteilt man nicht automatisch eine Anruferlaubnis. Solche kommerziellen Anrufe verstoßen gegen das Telekommunikationsgesetz und das Wettbewerbsrecht und betreiben somit Kaltakquise. Die angerufene Nummer wurde von denen nicht im Vorfeld verifiziert und ob der angerufene SS auch selber ist und einen solchen Anruf überhaupt haben will. Ich betone ausdrücklich, dass die Firma durchaus legal arbeiten kann und auch das Angebot legitim sein kann. Die Art des Anrufes war es jedenfalls nicht. Ja, ich höre. Hallo, hier ist Susanne von Textstarter. Hi. Wer ist da bitte? Ja, Susanne von Textstarter. Du hast dich bei uns gemeldet für die IT-Weiterbildung, deswegen ruf ich an. Wo habe ich mich gemeldet? Bei uns, bei Textstarter. Bist du Ede, Ede Thorst? Nee, hier ist Egon Müller. Oh, Egon, sorry, denn falsche Nummer. Neh mich raus. Um was geht denn das? Ja, um eine Weiterbildung. Um eine Weiterbildung? Ja, genau. Aber ich bin doch schon Rentner. Wo soll ich mich denn da bilden? Ja, Ede, das tut mir total leid. Hier ist eine falsche Nummer angegeben. Wollen Sie vielleicht meinen Schwiegersohn sprechen? War das? Wollen Sie den sprechen? Ja, Egon, das weiß ich nicht. Also, ich habe mich jemand angemeldet. Ja, und wie heißt denn der? Ich bin ja ein bisschen schwer von den Ohren. Wen möchten Sie, weil Sie hören sich auch so leise an. Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, denn Ede. Ede? Ja, kleinen Moment. Soll ich den mal rufen, den Ede? Na, dann rufen Sie den mal. Ede, komm mal, hier ist eine Frau am Telefon. Jo, was ist denn los? Weiß ich nicht. Die will, dass ich mich fortbilde, habe ich verstanden. Ich gebe die mal, den Hörer. So, ich bin dann weg. Danke. Hallo? Ja, hi, hier ist Susanne von Techstarter. Hallo. Hallo. Genau, ich spreche mit Ede, ist das richtig? Richtig, Ede Tauw ist mein Name. Wie ist Ihr Name nochmal, bitte? Susanne. Susanne und ich arbeite beim Bildungsanbieter Techstarter. Haben Sie nur einen Vornamen oder haben Sie keinen Nachnamen? Wendland, genau. Wir sind eher so im Du-Bereich unterwegs, deswegen sage ich nur meinen Vornamen. Aber mein Name ist Susanne Wendland. Mhm, okay. Genau, und du hast dich auf jeden Fall bei uns angemeldet für unsere Weiterbildung. Du, das wäre mir neu. Ja, Ede, ist es in Ordnung, wenn ich Du sage? Entschuldigung, ich muss mich vorgreifen. Okay, dann, also Sie sind Herr Torf, richtig, ja? Richtig, ja. Okay, dann bleiben wir bei Sie, auch gar kein Thema, ja? Auf jeden Fall haben Sie sich bei uns angemeldet, ja? Und deswegen rufe ich Sie mich an, ich wollte mich kurz mal mit Ihnen austauschen, ja? Es geht um die Weiterbildung im Bereich Linux, Cloud Computing und Webentwicklung. Mhm. Sie erinnern sich? Und was bieten Sie dann an? Wir bieten hier eine 15-monatige Weiterbildung an, ja? Ja, und wie gesagt, ich wollte mich hier einfach einmal mit Ihnen austauschen und erfahren, ob das überhaupt für Sie noch interessant ist. Ja, erst mal würde mich interessieren, Sie sagen, ich hätte mich bei Ihnen angemeldet, okay? Genau. Ja, aber, ja, und warum rufen Sie dann gleich direkt an? Na, weil das, also direkt, das ist tatsächlich ein paar Tage her, dass Sie sich angemeldet haben, aber wir rufen halt an, um... Ja, meine Frage war, warum Sie direkt anrufen? Habe ich Ihnen eine Anruferlaubnis erteilt? Ja, genau, indem Sie sich bei uns angemeldet haben, haben Sie auch eine Anruferlaubnis erteilt, nee? Nein, das habe ich nicht erteilt. Okay, es steht aber drin, dass Sie uns melden telefonisch, genau. Ja, gut, aber ich habe Ihnen ja keine Anruferlaubnis erteilt. Also, Herr Torf, ja... Ja, bitte, unterbrechen Sie mich gerne weiter. Nee, Entschuldigung, Sie haben recht, bitte. Ja, genau, ich habe recht, also Sie haben also keine Anruferlaubnis erteilt oder erhalten von mir. Okay, ich spreche kurz, Herr Torf. Genau, ja, also, als Sie sich bei uns angemeldet haben, haben Sie schon eine Anruferlaubnis erteilt. Nein, habe ich nicht. Herr Torf, okay, pass auf, dann nehme ich Sie hier raus, wenn Sie daran kein Interesse haben. Ich möchte mich auf keinen Fall mit Ihnen streiten. Das wäre auch uncool, ja? Ja, fände ich nämlich auch, genau. Ich finde es nämlich auch uncool, unerlaubte Werbeanrufe zu erhalten. Ja, wir sind kein... Okay, Herr Torf, ich lege jetzt auf und nehme Sie hier raus, ja? Ach, geben Sie schon auf? Geben Sie schon auf? Nee, ich möchte Sie nicht verärgern, Herr Torf. Nee, nee, nee. Ich möchte mich nicht mit Ihnen streiten. Ja, also, ich kann nur sagen, Sie haben sich bei uns angemeldet und Sie haben die Daten... Ich werde Ihnen unerlaubt anrufen. Ich habe Ihnen keinen Anruferlaubnis erteilt. Ich habe Ihnen keinen Worte gegeben, also wissen Sie genau, dass Sie Unrecht handeln. Datenschutz-Grundverordnung und so, sagt Ihnen das was? Ja, ja. Und dann geben Sie mir bitte mal Ihren Datenschutzbeauftragten. Okay, Herr Torf, vielen Dank. Geben Sie mir bitte mal Ihren Datenschutzbeauftragten. Ich möchte gerne jetzt sprechen. Herr Torf, ich lege jetzt, genau, also... Nee, nee, ich möchte gerne Ihren Datenschutzbeauftragten jetzt sprechen. Nein, Herr Torf, mein Datenschutzbeauftragter ist nicht bei mir. Und ich kann Sie jetzt auch nirgendwo hinbleiben. Sie können mich direkt verbinden. Also geben Sie zu, dass Sie illegal anrufen, richtig? Ich gebe überhaupt nicht zu. Herr Torf, ich nehme Sie jetzt hier raus und ich lege jetzt auf. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ah, Sie flüchten also. Ich habe also recht. Wenn Sie das verauflegen müssen, okay, Herr Torf, vielen Dank. Ja, ciao. Ich danke Ihnen für die schöne Aufnahme. So, fertig. Wie gesagt, mag das Angebot der Firma ja legitim sein, aber die Rufnummer wurde nicht verifiziert und ist damit ein illegaler Werbeanruf, der bei der Bundesnetzagentur gemeldet wurde. Der nächste und letzte Anruf war wieder ein ganz billiger Versuch eines Betrügers an irgendwelche Daten zu kommen, was daran scheiterte, dass die einfach so schlecht vorbereitet sind. Mit diesem letzten Anruf verabschiede ich mich bei euch und wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn ihr meinem Sonntagsvideo wieder zuhört. Bis Sonntag. Tschüss, euer Callsetter Krascher. Hallo? Hallo, guten Tag. Der Thomas Lange meldet sich. Es geht darum, wegen einer Zahlung, die Sie an unser Broker schon mal gemacht haben. 250 Euro. Ja. Das ist der 1. April gewesen. Wir rufen aus Berlin und hier haben wir die Finanzabteilung des Unternehmens. Sind Sie schon mal von jemandem angerufen worden? Oder haben Sie... Ja, ich habe schon länger ein Telefon, tatsächlich. Und was wird es Ihnen mitgeteilt oder wie die Lage aus? Welche Lage? Soll ich Ihnen alle meine Telefonate vorlesen oder was? Weswegen rufen Sie jetzt genau an? Nein, 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 nein. Ich meine, die Kontos, die Sie schon gezahlt haben. Welche Konto? Wo? An unser Broker haben Sie am Markt 250 Euro. Wer ist denn Ihr Broker? Der Broker ist der Trading Metatrader 4. Der Metatrader 4 ist ja kein Broker. Das ist ja eine Trading Software. Ja, das ist die Software. Ja, ich habe ja nicht nach der Software gefragt. Ich habe nach dem Broker gefragt. Mit Binance arbeiten Sie. Sie arbeiten mit Binance. Das ist ja nun auch kein Broker. Mit wem habe ich bitte genau gehandelt, Ihrer Meinung nach? Binance ist der Broker. Binance ist der Broker. Ne, mit Binance habe ich noch nie gehandelt. Mit Binance haben Sie nie zu tun gehandelt. Von wo rufen Sie an? Von der Zentralstelle. Ja, von welcher Zentralstelle? Aus welchem Ort? Neukölln. Neukölln. Mit einer 3-2-2-Vorwahl. Das stimmt nicht. Das ist nicht Berlin. Und was ist das? Das ist nicht Berlin, sagte ich gerade. Berlin hat 0-3-0. Das ist doch Berlin. Bitte was? Nein, 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 nein.